So was hätte man sich nicht erträumen lassen. Bisher der perfekte Start von den Punkten. Trotzdem versuchen wir auch ganz nüchtern immer nach jedem Spiel alles zu analysieren. Da gab es immer noch Punkte, was noch nicht optimal war. Das versuchen wir dann in der Trainingswoche zu verbessern, sag ich mal. Ja, wir haben viele Standards trainiert auf jeden Fall in der Vorbereitung. Und es ist schön, dass das jetzt fruchtet. Und auch defensiv standen wir bisher sehr gut bei Standards. So soll es auch weiterhin sein. Und ich glaube, das hängt auch einfach daran, dass jeder noch einen Ticken fokussierter ist. Auch dadurch, dass wir uns einfach das vorgenommen haben, dadurch, dass es auch eine Schwachstelle in der letzten Saison von uns war. Bis zum nächsten Mal.